Ey, die hat das vor ein paar Tagen ein Koch-Stream mit Klimm gemacht. Im Maid-Clyde hat sich Spark angeschaut in voller Länge. Woher weißt du das? Spark weiß alles. Ich seh ja wohl, was auf Twitch ist. War das am Montag oder so? Da hab ich doch frei gehabt. Wenn ich auf Twitch auch mach, dann seh ich doch was, wenn Klimm streamt. Du hast aber nicht den Maid-Clyde-Stream gesehen. Du hast den Maid-Night-Stream. Maid-Clyde-Stream. Sie hat im Maid-Clyde gestreamt. Maid-Clyde? Ich glaub nicht. Besser ist, okay, ich wollt schon sagen. Besser ist. Warum machst du das? Habt ihr manchmal ganz weirde Diskussionen gehabt, wo ich weiß, dass ich in einer Gruppe war oder so. Oder ich war froh, dass ich nicht drin war. Aber ansonsten, Maid-Life sagt mir grad nix. Irgendein weirdes Game. Was hast du grad gesagt? Du weißt nicht, was das ist? Was ist denn Maid-Life? Maid-Clyde. Sag mal, ich ... Du weißt doch, was eine Maid ist, oder? Schreib mal kurz im Chat. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe oder nicht. Maid, also ein Dienstmädchen. Du guckst doch auf Animes. Ach Gott. Maids, check ich. Aber ich hab Maid-Life oder ... Ich kann sagen, das war irgendwie so unklar. Ich weiß nicht, warum. Maid-Life, okay. Sag mal. Trotzdem kenn ich kein Game oder sonst was. Keine Ahnung, was das ist. Was? Was? Ein Maid-Life. Ich schick dir ein Bild auf. Also ... Egal. Aber nicht von mir jetzt. Nein. Maid's-Life? Maid's-Life. Ach, ein Kleid. Meine Güte. Maid's-Life. Das hört sich alles so ähnlich an. Ich kann das akustisch jetzt nicht trennen. Das ist einfach wie YouTuber live. Du bist kein YouTuber, sondern ein Hausmädchen einfach. Ich brauch einfach fünf Minuten, damit ich verstehe, was ihr meint. Meine Güte, schreib doch kurz. Ich hab mich grad so verwundert. Deswegen hab ich auch die Anime-Anspielung gemacht. Weil die müssen ja immer in ihren Animes damit ... Das klingt wie so ein grausamer Tycoon-Simulator.